Moin Leute, die Dashcam Tests hängen mir sowas von aus dem Halse. Jawoll, so ist es. Ich habe echt keinen Bock mehr. Aber was nützt das alles? Alle zwei Jahre muss es mal sein. So, ich versuche mich mal am Riemen zu reißen. Die Viofo A229 Duo habe ich gekauft und dazu den CPL-Filter. Ich mache immer mit CPL-Filter. Hier kann man hinten auf die Heckkamera keinen Filter aufsetzen. Der CPL-Filter soll halt die Spiegelungen aus der Scheibe holen. 1440p hat die Kamera für vorne und hinten zur Verfügung. Sie hat auch noch so eine komische Einstellung für 1940 oder 44, aber das sind nur 24 FPS. Das reicht mir nicht, das sehe ich nicht ein. Also, 1440p mit 30 FPS hat die Kamera. Punkt. Was mir als erstes aufgefallen ist, ist natürlich, dass das Ding deutlich größer ist als diese anderen Geräte in diesem ähnlichen Gehäuse. Aber diese hier ist wirklich deutlich größer. Wie immer natürlich ist die Kamera abnehmbar. Also, man klebt das Gerät in die Scheibe und das GPS bleibt dann in der Scheibe hängen quasi, wenn du es abgenommen hast. Den CPL-Filter da vorne drauf geschraubt oder drauf gedrückt sozusagen und richtig ausrichten vorher. Gucken am besten auf dem Vorschaubild, ob die Spiegelungen auch wirklich richtig verschwommen sind. Denn der CPL-Filter funktioniert nur in irgendeiner Richtung besonders gut. Da ist auch noch so eine Markierung drauf auf der Kamera. Ich weiß nicht, ob das die war. Ich habe es jetzt nach Markierung aufgesetzt und das sah ganz gut aus. Das Zubehör ist immer der gleiche Kram. Da sind diese Folien bei, die du erst auf deine saubere Scheibe haftest. Die kleben dann mit dieser Adhäsion-Gedöns-Geschichte drauf von alleine ohne Klebstoff. Und darauf klebst du dann deine Kamera und dann kriegst du das nämlich auch alles irgendwann rückstandsfrei wieder raus. Deutsche Bedienungsanleitung ist dabei, Ersatzklebepads sind dabei. Das eine Ding, was ihr da noch gesehen habt, ist ein Micro-SD-Kartenleser, dieses kleine Ding in der Tüte. Und das Schöne ist hier wieder, das Kabel zur Heckkamera ist wieder so ein schönes dünnes. Ich glaube, das ist ein bisschen empfindlicher, knickt es lieber nicht. Ansonsten ist der Zigarettenanzünder-Stecker auch wieder 12 und 24 Volt geeignet. Kannst du also auch im LKW benutzen. Wenn ihr diesen Kartenleser nicht benutzen möchtet, dann möchtet ihr wahrscheinlich eure Videos auf das Handy kopieren. Das Schöne bei der Kamera ist, die hat die schnelle 5 GHz Verbindung mit an Bord. Weil wenn ihr das 2,4 GHz WLAN benutzt, das ist deutlich langsamer beim Kopieren. Also wenn nach Möglichkeit immer die 5er benutzen. Speicherkarte auch das gleiche wie immer. Speicherkarten sind Verschleißteile, die gehen irgendwann in den Fritten nach ein paar Jahren. Und da muss aber draufstehen U3, A2 oder V30. Das sind die Schnellen, damit kann die Kamera umgehen. Hier meine seit Ewigkeiten gleiche Kamera, nein Karte, funktioniert auch in dieser Kamera bestens. Design-Disc extrem wunderbar. Wie finde ich die Kamera denn? Ton ist gut. Bildqualität vorn und hinten, ja, ist echt gut. Aber die Kamera kostet aber auch einen ganzen Stiefel. Das lassen die sich ganz gut bezahlen. Aber ja, eine Empfehlung für die Bildqualität kann ich auf jeden Fall geben. Die App bei Vio4 ist auch immer das gleiche. Stellst du auf 50 Hz, stellt Daueraufnahme auf 3 Minuten. Bei der Videoauflösung, wie gesagt, meine Empfehlung 1440p für vorn und hinten. Und ansonsten bei WDR, das soll dann die Belichtung besser sein. Also dunkle Passagen werden aufgehellt, helle Passagen werden abgedunkelt. Das soll ein allgemein stimmigeres Bild ergeben. In meinen Augen leidet gerne auch die KfKZ, die Kennzeichenlesefähigkeit darunter. Probiert es am besten selber aus. Bitrate stellen wir immer so hoch, wie es geht. Maximum, sehr hoch, was auch immer. Weil die Bitrate sorgt dafür, dass die Videodateien zwar größer werden, aber das Bild wird deutlich besser. Der G-Sensor sorgt dann dafür, dass die Kamera automatisch bei einem Unfall speichert. Die Empfindlichkeit kann man einstellen. Also das Ding kann schon auslösen, wenn du nur das Fenster hoch machst. Es kann aber auch erst auslösen, wenn es wirklich ein Unfall ist. Das musst du mal ausprobieren. Ich kann es ruhig nochmal sagen, falls ihr Angst habt, dass ihr euch mit dieser eingeblendeten KMH-Anzeige selber belastet, lasst es ruhig eingeschaltet. Man kann es sowieso ausrechnen anhand des Bildes. Anhand des Videos kann man genau eure Geschwindigkeit ausmessen. Deswegen könnt ihr es auch drin lassen. Es ist sinnlos, das auszuschalten. Ich habe diese Kamera auch nur drei Tage durch die Gegend gefahren oder vier oder was es waren. Und weil es musste jetzt schneller gehen. Ich habe auch echt die Nase voll, ganz im Ernst. Denkt daran, dass ihr auch die Firmware immer aktualisiert. Ihr ladet euch dann, bis jetzt bei allen Herstellern gleich gewesen, ihr ladet euch die Datei runter. Das ist dann meistens so eine BIN-Datei oder so. Und diese Datei kopiert ihr direkt auf die Speicherkarte. Einfach so, direkt da so drauf. Ihr schiebt die Speicherkarte in die Kamera. Ihr startet die Kamera. Und dann wird das Firmware-Update automatisch aktualisiert. Und sorgt dafür, dass der Strom nicht ausgeht. Ansonsten ist die Kamera in der Fritten. Apropos in der Fritten. Ich habe eine Kamera erwischt mit kaputtem GPS, zeige ständig 0 kmh an. Die GPS-Koordinaten werden gar nicht eingeblendet. Die sieht man ganz unten links normalerweise auch. Manchmal, wenn es denn ging, dann hat es nur Dünnschiss angezeigt. Also fast, wenn du stehst, zeige ich da 50 kmh an und so. Also irgendwas war da faul. Ich schicke das Ding zurück und dann hat es sich erledigt. Also, Bildqualität, ja, doch, ist sehr gut. Wenn man bedenkt, dass man hier durch Bäume fährt. Bäume fahren ist halt immer Hölle für Dashcam. Wenn du ein schönes, plattes Land hast oder ein bisschen durch die Stadt zuckelst, dann ist das alles einfacher für die Kamera. Warum technisch? Bla, 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 spielt keine Geige. Also, Hölle ist auf jeden Fall viel Bäume. Am besten auch Licht- und Schattenwechsel. Katastrophe. So, da macht diese Kamera aber ein wirklich gutes Bild trotzdem. Und jetzt mal hier ein Abschnitt ohne Bäume. Also, tip-top Qualität kann man gar nicht meckern. Würde da ein Kastenbon auf dem Boden liegen, man würde Pause drücken und könnten lesen. Naja, nicht ganz, aber es ist schon echt super. Und die Heckkamera übrigens, die ist auch gut. Auch nachts, muss ich ja sagen, kann man ganz gut gebrauchen. Kennzeichen kann man manchmal lesen, wenn einem die Autos entgegenkommen, aber nicht. Übrigens, die Links in der Videobeschreibung sind Affiliate-Links. Ich verdiene etwas damit, wenn ihr über diese Links kauft. Danke dann schon mal. Das ist der gleiche Abschnitt, nur hinten raus. Jetzt ist die Scheibe immer ein bisschen dreckig. Ja, aber, naja, guckt selbst. Wer gleich noch möchte, kann in die Bedienungsanleitung gucken. Mehr kommt da aber nicht mehr. Ansonsten bis denn. Tschüss. Ja, guckt selbst. Jaka, guckt selbst. Untertitelung des ZDF, 2020